Achso, also warte mal, ich versuche mal das irgendwie ein bisschen zu skizzieren. Also wir haben irgendeine Schaltung, die meine ich mal so als Blackbox, ja? Ja, okay. Aber wir können ja gleich ein Beispiel mal so sagen, hier sind irgendwie R, L und C drin und wir kennen eine Spannung und wir kennen Strom als Zeiger und daraus können wir ein Z ausrechnen. Z ist U durch I. Ja, also so könnte man das ungefähr machen, ja? Meine Liebe wäre ja, dass man jetzt bei der Inferanz einfahren... So, und sozusagen die... Ja, und also die Frage ist, wann ist die Phasenverschiebung... Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, also nenne ich mal irgendwie Phi Ui gleich Null, ja? Also bei welcher Freistiftung? Genau. Also zum Beispiel bei welchem Omega? Ja? Und jetzt wäre ja... Genau, also das Phi Ui ist ja genau das gleiche wie das Phi Z und wenn das jetzt Null sein soll, dann heißt das auch, dass der Imaginärteil von dem Z zum Beispiel gleich Null ist. Die Frage ist, wenn man, wenn wir jetzt mal so eine Schaltung hätten, niemanden das Omega bestimmt, also... Ja. Ja. Dann haben wir gleich, sagen wir mal, umgestellt, dass man das verfügt nur noch rein, real, rein, marginal. Ja, also dann brauchen wir jetzt aber, genau, dann bräuchten wir jetzt dafür ein konkretes Beispiel. Ich habe mal was ausgedeckt. Also, wir halten uns gleich mal, dass die, sagen wir mal, nicht die Reinschaltung aus real, dass es marginal ist, sondern wir das schon... Naja gut, also denken... Ja. Also jetzt sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Manchmal steckt doch schon ein bisschen Hirnspalz da drin, sich irgendwie eine schlaue, gut lösbare Prüfungsklausuraufgabe auszudenken, die nicht ins totale Dickicht und in den Irrgarten und in die finstersten Tiefen der Elektrotechnik führt. Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal irgendwie sowas bauen, wie wenn wir eine Schaltung haben, wo wir vielleicht eine Induktivität haben und dann eine Reinschaltung von R und C zum Beispiel, ja. Dann wäre das ja schon mal was, wo irgendwie R und C und so drin vorkommen, aber was jetzt noch nicht allzu kompliziert ist. So, also haben wir L, C und R und haben jetzt aus Sicht dieser Klemmen eben eine Impedanz. Z. So, und da könnten wir jetzt sagen, das wäre J Omega L oder ZL, wenn ich das mal so hinschreibe. ZL plus R parallel ZC. Richtig? So, und jetzt können wir eben sagen, okay, ZL ist 1 durch J Omega, Quatsch, ist J Omega L. Ich mache, ich kläre einfach ein bisschen. ZC ist 1 durch J Omega C. ZL ist J Omega L und R ist R. So, und jetzt kann ich das da oben einsetzen und kann vielleicht diese Parallelschaltung gleich noch wieder so ein bisschen umstellen und ausrechnen und sagen, okay, das ist das Produkt von den Größen geteilt durch die Summe und dann müssen wir mal gucken, wie wir irgendwie da auf diese Bedingung kommen. So, also wenn ich das jetzt mal einfach aufschreibe, steht da Z ist J Omega L plus R mal 1 durch J Omega C geteilt durch R plus 1 durch J Omega C. So, jetzt habe ich eine Formel, da tauchen keine komischen Rechenzeichen wie Parallel mehr drin auf und da steht eben direkt R, L, C, die würde ich ja irgendwie wissen oder da hätte ich vielleicht Zahlenwerte oder vielleicht auch nicht und es taucht eben die Kreisfrequenz Omega auf. So, und jetzt wäre eben so gefragt, bei welcher Kreisfrequenz, bei welchem, hier fehlt noch irgendwie ein L, bei welchem Omega gibt es keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung? Wann ist die 0? Und die wäre 0, wenn der Phasenverschiebung der Impedanz 0 ist und das ist der Fall, wenn der Imaginärteil der Impedanz 0 ist. Also müssten wir jetzt irgendwie gucken, wie kriegen wir das in, dass das so in der kartesischen Form da steht. Es gibt ein Rearteil, irgendwas ohne J und es gibt plus J mal irgendwas, wo dann auch wieder nur noch reelle Größen drinstehen, was ja ein Imaginärteil wäre. So, naja, und letztendlich würde ich jetzt ja immer so sagen, das hat jetzt nicht mehr viel mit Elektrotechnik zu tun, das ist eher so eine Matheaufgabe. Ja, wir machen jetzt einfach umstellen, ausrechnen, Thermumformung und hat immer ein bisschen was mit Erfahrung, Intuition auch so zu tun. Also was mich jetzt direkt schief anschauen würde oder was mir negativ aufstößt an der Stelle, ist dieser Doppelbruch. Ja, der ist schon mal irgendwie hässlich, viel Schreibarbeit. Also diesen Doppelbruch, den wir euch auf jeden Fall versuchen loszuwerden, indem man hier hinten einfach mal das schon mal mit J Omega C erweitert. So, also schreibe ich mal ab. Hier vorne J Omega L abgeschrieben. So, wenn ich hier hinten hier oben mit J Omega C erweitere, fällt das weg, bleibt da nur ein R über. Wenn ich hier unten mit J Omega C erweitere, fällt das hier auch weg, bleibt hier eine 1 über. Aber hier muss ich mit dem J Omega C erweitern. Habe ich J Omega R C. Ja, so. Sieht schon mal schöner aus. Ist immer noch nicht toll, aber sieht schon mal schöner aus. Ist aber in der Hinsicht noch nicht toll. Also hier vorne, das ist schon mal so wie so ein Imaginärteil. Ich habe J mal irgendwas. Aber hier habe ich 1 durch 1 plus J mal irgendwas. Ich muss das J hier aus dem Nenner rausbekommen von dem Bruch hier. So, wie kriege ich das J hier aus dem Nenner raus? Multipliziert mit dem Konjunktkomplexen. Also ich mache jetzt hier, ich erweitere mit 1 minus J Omega R C und hier auch mit 1 minus J Omega R C. So. Und dann schreibe ich das einfach ab. Also hier steht J Omega L. So, dann ein bisschen längeren Bruchstrich. So, hier unten habe ich jetzt sowas wie die dritte binomische Formel. Ja, A plus B mal A minus B. Da kommt A Quadrat minus B Quadrat raus. Und J mal J ist minus 1 mit dem Minus macht das so ein Plus. Also kommt daraus 1 zum Quadrat. Das Quadrat lasse ich mal weg. Plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat. So, das ist schon mal reell. Das ist schon mal gut. Ja. So. Und hier oben bleibt jetzt eben über 1 mal R ist R. Das schreibe ich mal auch so ab. Und ja, dann Minus J Omega R mal R macht R Quadrat R Quadrat mal C. Und jetzt kann ich gucken. Also das, was jetzt hier so blau umrandet ist, das ist alles ein Realteil. Und das, was ich jetzt hier gelb umrande, also das hier plus das hier, das ist der Imaginarteil. So, und wenn ich jetzt also sagen will, dass der Imaginarteil von dem Z gleich Null ist, weil das wiederum bedeuten würde, dass es keine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung gibt, dann muss eben Omega L minus Omega R Quadrat C durch Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat, das muss eben Null sein. Ja. So. Und wenn ich das jetzt so rum irgendwie aufschreibe, dann ist das hier auch schon mal total schön, weil hier kann ich so ein C gegen C Quadrat kürzen, das R Quadrat kann ich komplett wegkürzen und Omega kann ich auch gegen Omega Quadrat kürzen. Und dann, oh ja, um. Dann kann ich doch nicht so viel kürzen, weil da noch eine 1 steht. Schade. Schade, 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 Schohler. Ja, also die 1 gehört natürlich auch noch mit dazu. Äh, ja. Also könnte man sich drüber streiten, vielleicht bei sehr hohen Frequenzen, nein, 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 ob das vielleicht, ob man das nicht die 1 gegenüber dem Term vernachlässigen kann, aber im allgemeinen Fall auf jeden Fall nicht. Naja gut, aber das ist jetzt sozusagen Null. Und wenn das Null ist, dann, um jetzt mal ein bisschen Schreibaufwand zu sparen, könnte ich ja auch sagen, dann hieße das ja, ja, dass die beiden Sachen gleich groß sein müssen. Ja, das muss genauso groß sein, wie das hier hinten, damit die eben zusammen Null ergeben. Ja, weil den einen habe ich positiv, den anderen habe ich negativ. So, und dann kann ich aber immerhin schon mal ein Omega hier rauskürzen. Ähm, ja. Und dann habe ich glücklicherweise nur noch ein anderes Omega da drin zu stehen, in dessen Richtung ich jetzt eigentlich relativ straight forward umstellen kann, ja. Ja, indem ich den ganzen Kladrat hier hochhole und durch das L teile, dann steht da 1 plus Omega Quadrat R Quadrat C Quadrat ist gleich R Quadrat mal C durch L. So schreibe ich das mal irgendwie auf. Ja, dann kann ich noch die 1 auf die andere Seite rüberholen. Und, ähm, jetzt kann ich durch R Quadrat und C Quadrat teilen. Und dann ziehe ich davon die Wurzel. Also steht da Omega Quadrat, schreibe ich erst mal so hin, ist, so. Und jetzt kann man auch so ein bisschen gucken. Also, wenn ich jetzt den Teil durch R Quadrat und C Quadrat teile, äh, kürzt das R Quadrat weg. Und es bleibt, hier oben, und unten C kürzt sich auch weg. Ähm, es bleibt 1 durch LC über. Und hier unten steht 1 durch R Quadrat C Quadrat. Und, und davon habe ich jetzt die Wurzel. Ja, und dann hätte ich eigentlich streng mathematisch genommen plus minus diese Wurzel. Aber, ähm, eine negative Kreisfrequenz ist, ähm, elektrotechnisch so wahnsinnig sinnvoll. Deswegen bleiben wir bei der positiven Lösung. Ja, und wenn man das jetzt scharf anschaut, dann sieht das schon auch irgendwie so ein bisschen so was aus, was man so von, ähm, Schwingkreis kennt. Ja, also, ähm, Wurzel 1 durch LC ist wie so eine Resonanzfrequenz. Und die ist jetzt nochmal modifiziert, korrigiert, verschoben, was auch immer, durch so einen R-Term, weil der Widerstand jetzt eben nicht in Reihe ist zu dem Ganzen, sondern irgendwie in parallel zu dem, zu den Links. So, und dann wäre das, naja, eine, also, ja, eigentlich im Prinzip eine Kompensationskreisfrequenz in dem Fall. Wenn das ein Schwingkreis wäre, wäre das die Kompensationskreisfrequenz, die Kreisfrequenz, wo der Phasenwinkel der Impedanz null wird, wo es kein, ähm, Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung gibt. Und so, und so auf die Art und Weise würde man sowas ausrechnen. Aber da gibt es jetzt also definitiv keine Kochrezeptlösung, kein Patentrezept, sondern, ähm, Formel aufschreiben und irgendwie geschickt vereinfachen, umstellen, so, dass man da eben, also, ne, dass man so eine Äquivalenz irgendwie nutzen kann, dass sich ein paar Sachen geschickt rauskürzen und irgendwie was übrig bleibt. Und ich meine, auf dem Rechenweg und auf so jedem, so einem Umstellschritt kann das immer helfen, ähm, zu gucken, ob das denn noch von den Einheiten passt, was man da macht. Ja, also, wenn das Ergebnis von den Einheiten nicht passt, dann kann man sich sicher sein, dass die, dass der Rechenweg, dass die Umstellung auch falsch ist. Ja, wenn das von den Einheiten ja passt, ähm, ist es keine Garantie, dass es richtig ist, aber ist schon mal irgendwie ein ganz gutes Indiz. Ja, und jetzt, also, jetzt könnte man hier gucken, also, L hat, ja, als Einheit Henry, das hat Verrat, ne, das sind Voltsekunden pro Ampere, das sind Ampersekunden pro Volt, da kürzlich Volt die Ampere weg, es bleibt sozusagen Sekunde zum Quadrat über, eins durch Sekunde zum Quadrat und davon die Wurzel macht eins durch Sekunde, das passt schon mal für eine Frequenz, für eine Kreisfrequenz. Genauso R mal C, das kennt man so von den Ausgleichsvorgängen, ist eine, R mal C ist eine Zeitkonstante, ja, das ist auch Ampersekunden, äh, Ampersekunden pro Volt, Volt pro Ampere, kürzlich Volt die Ampere wegbleiben, Sekunden über Sekunden zum Quadrat, eins durch Sekunde zum Quadrat, Wurzel und so macht auch eins durch Sekunde. Also, das passt schon von der Einheit her in dem Fall. Und es kann auch sein, zum Beispiel, dass man da zwar eigentlich aufschreibt, naja, ähm, Imaginärteil der Impedanz muss Null sein, aber, wenn ich jetzt ein bisschen andere Schaltung habe, ist es vielleicht schlauer, den, die Admittanz aufzuschreiben und den Imaginärteil der Admittanz Null zu setzen, ja, weil die Admittanz von der, von der Formel her schöner ist und sich einfacher zu Null setzen lässt oder man da einfacher ein Imaginärteil ausrechnen kann und Null setzen kann. Da, ja, muss man ein bisschen, ein bisschen Intuition walten lassen. Da, ja, muss man, das ist offen. Vielen Dank.